Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Overwatch. Wir spielen heute kein Ranked, sondern ein Normal und wir sind auf King's Row. Greifen an. Und das machen wir mit wem? Anna? Ja, nehmen wir Anna. Ja, sie ist jetzt also beim Zeitpunkt dieses Videos, ist sie erst seit 5 Tagen draußen. Was sind das für Zeichen? Und ja, wenn dieses Video online kommt, ist sie natürlich schon lange draußen. Da wurde sie schon lange, lange released. Für die, die sie immer noch nicht kennen, sie ist ein Heal-Sniper. Kann so snipen, zack und jemanden abschießen und heilen. Also, wenn ich ihn treffe, heile ich ihn. Und wenn ich einen Gegner treffe, dann bekommt er Damage und ein kurzes Gift. Mit der E kann ich eine Granate werfen. Die, die getroffen wurden, werden mehr geheilt. Und ich habe so einen Pfeil, mit dem kann ich jemanden zum Schlafen legen. Und die Ult kann ich jemanden auswählen und seine Heilung wird drastisch erhöht. Hier, ähm... Erhöht Bewegungsgeschwindigkeit und den Schaden eines Verbünden. Verringert außerdem seinen Litten Schaden. Okay. Okay. Und übrigens bei der Granate, also hier. Wenn die einen Gegner trifft, dann bekommt er Damage und, ähm... mit weniger Heilung. Und sie spricht irgendeine komische Sprache. Komm! Oh, Zaria ist sie tot. Komm! Da oben ist ne Widowmaker. Come on. Hau ab! Ja, ich habe sie getroffen. Oh Gott. Gott! Gut, wir haben einen Zenyatta, der eigentlich heilt. Dann brauche ich keine Anna spielen. Ja, komm jetzt. Das kommt schon gut mit der Anna. Komm schon! Zeit wird zu liegen. Oh Gott. Betäuben! Noll. So, mich ein bisschen heilen. So. Geh schlafen! Noll, es hat nicht geklappt. Hier, nehmt die Heilung. Noll, ja. Hau die Bomben rauf. Willst du was oder wie, wir haben was? Eskortieren sie die Pracht zu ihren Ziel. Lolololololol. Glück gehabt. Ja, komm. Ist er tot, Jio. ein bisschen heilen. Ein bisschen heilen. Du Wichser. Scheiß Genji. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Hab ein Auge auf mich. Nicht mit mir, Kollege. Loll. Er ist tot. Nicht getroffen. Schade. Oh Gott. Komm zu mir. Jawohl. So. Oh Gott, das war ein Headshot. Heilige Scheiße. Lol. Vier Zielfortschritt-Kills. Ja, das ist okay. Heilung. Zwar nur 700. Was willst du machen? Denke, so ein richtiger Heiler ist einer nicht. So, Zarya. Nimm die. Ult. Let's go. Soll nur einer kommen. Ja, ja, komm. Da braucht jemand Heilung. Schläfern wir den mal ein. Zack. Ja, wir haben gewonnen. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh yes. 9 zu 2000. Ich hab mir Damage als Heilung gemacht. Und bin eigentlich Healed. Achso, sie wird eigentlich als Healed bezeichnet. Aber ich find, sie ist eigentlich so ein Allrounder. GG. Gut game. Gut game. Schönes Highlight. Komm, den. Ja, danke. Das geht natürlich auch dazu. Ja, ist okay. Für ein 5-minütiges Match. 5 Zielfortschritt-Kills. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, ich vote auch mal für mich. Vielleicht bekomme ich ja ein Episch. Nicht? Ne. So, Eliminierungen. Neun. Zeit für Zielfortschritt. Yeah, Level 31. Geiler Shit. Und ein Portrait. So, wir öffnen mal die Lootbox. Das ist natürlich das Wichtigste. Leider kein Skin. Leider nicht. Hab ich schon. Gibt Geld. Das ist scheiße. Das ist auch scheiße. Das sieht gut aus. 365 solche Taler. Gehen wir mal in den Shop. Ne. Die Heldengalerie. Und sehen wir mal zu Anna. Ähm. Skins. Nur 10 Stück. Also 10 Stück hat sie. Citrin. Granat. Peridot. Türkis. Mitgefühl. Shrike oder so. Dann hat sie noch Watjet. Ödland. Captain Amari. Okay. Von wem könnte ich einen coolen Skin holen? Farrah. Hab ich zwar schon zwei. Hätte hier noch die Sicherheitschefin. Dann finde ich aber den Amethyst cooler. Ich könnte Anubis. Oder ein Schakal. Es gibt hier noch die Mecha Queen. Raptorian. Donnervogel. Und eine Regentänzerin. Reaper. Hab ich zwar auch schon coolen. Mit Wüste. Black Watch. Oh. Den? Gar nicht gewusst, dass ich den hab. Gleich nehmen. Gleich nehmen du. So. Ähm. Wen spiele ich denn noch oft und habe keinen Skin? Oder keinen coolen? Lusche hab ich auch einen. Den Slapshot. Vielleicht Hanso. Da hab ich zwar junger Meister und Drache. Junge Hanso. Wolke. Der junge Meister ist auch gut. Ja scheiße. Bastion vielleicht. Da hab ich den überwuchert. Defensivmatrix. Omnikkrise. Das ist aber der überwuchert auch noch sexy. Soldier 76. Hab ich den Strike Commander Morrison. Der ist eigentlich auch cool. Den Knochen finde ich geil. Aber der ist auch gut. Ja scheiße man. Junkrit. Hab ich den verstrahlt. Ausgeblichen. Ertrunken. Den spiele ich ab und zu auch noch. Verrust. Der Hofna. Schelm. Landei. Vogelscheuche. Der hier ist noch recht beliebt. Der Hofna und der Schelm. Ja ne. Mach ich ein anderes Mal. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen wunderschönen Abend. Bis morgen. Tschüss.